Wir strangen gerade zurück vom Chilcoo Trail. Wie war es für dich? Sehr aufregend, aber sehr anstrengend. Und wir haben den neuen Yurukon Rucksack mitgehabt, Klassiker von Tatonka. Du hast ihn komplett überarbeitet? Richtig. Wir mussten schwere Lasten tragen und all das hat er gemeistert. Und dann ging es hoch über dieses Geröllfeld und musste klettern mit Rucksack. Ja, aber das war kein Problem. Da man mit den Lastkontrollen den Rucksack ganz nahe an den Rücken holen kann, hat man eine super Kontrolle. Da war das ganze überhaupt kein Problem. Was sind so die Hauptfeatures, die du verbessert, verändert hast? Ganz klar die neue Front-Offnung. Die neue 3D-Front-Offnung, die wir dieses Jahr eingeführt haben bei Tatonka, die macht das B- und N-Laden natürlich auch unterwegs. Einfach. Ich checker sie da auch aus, finde ich. Dankeschön. Das stimmt. Also wir haben uns ganz schön ins Zeug gelegt, halt das Design neu zu gestalten bei dem alten Klassiker. Also um die 25 Kilo über vier Tage zu tragen, war eine Herausforderung, aber ich finde es auch super. Das heißt, wenn der in den Laden kommt, ist er perfekt und bereit für jeden Trail auf diesem Planeten. Das verspreche ich nicht. Ich wünsche dir viel Spaß. Dankeschön. Danke.